Was für ein Ding? Wolfgang ist draußen? Ich hab Fräulein! Ich hab zu tun... Ach Fräulein! Ich hab zu tun. Alles absolut perfekt hier laufen. Super tolle Neuware in bester Qualität. George Harrison, Wonderwall, Music, Apple, Kassette. Soweit hab ich mal gehabt. Jetzt kommen wir alte Bewertungen an. Bei Ebay? Alte Bewertung ist gut. Gut, ja klar, alte Bewertung. Vor über einem Jahr. BASF, LP, 35 Tonband, hoch, verschweißt. Ich hab Neuware gehabt. Ach, das ist halt immer was denn so rumliegt. Das sind so Sachen, die dann immer rumliegen, die man nicht los wird. Wo ich dann sage, ah ja, hier, komm, weg damit. Bei Ebay, das konnte man bis vor über einem Jahr, da arbeitet er vor zwei, drei Jahren, oder wann man das gemacht hat, weil ich das verkauft habe, konnte man so was bei Ebay drin und verkaufen und war noch lange nicht gewerblich. Weil das ist ja auch Blödsinn. Ich kriegste 10 Euro für. Ja, die Kassette hat damals bestimmt genauso viel kostet. Sie hat bestimmt in D-Mark auch locker. Ich will sagen, also eine Kassette hat bestimmt mehr als 10 Mark gekostet, oder? Was denn? So eine Musikkassette damals? War doch auch teuer. Stimmt genauso teuer, oder? Genau, CDs waren ja auch schweineteuer. Und das ist ja jetzt George Harrison, das ist ja Beatles, ne? Ist das doch? Oder? Ich lege jetzt total falsch. Und dann ist das doch eine teure Kassette gewesen. Und die D-Mark war bestimmt damals mehr wert als heute, 10,50 Euro die ich dafür bekommen habe. Wunderbar. Verrückt, was man halt mal hatte. So, mal gucken, was es bei Ebay gibt. Ich suche nämlich hier meinen Traumbürostuhl eigentlich, den ich ja schon seit Jahren mir mal kaufen möchte. Aber der ist mir einfach zu teuer. Und die Frechheit ist, der wird immer teurer. Natürlich rede ich mit mir. Meine Frau hat nämlich heute frei. Aber, man hat ja nie frei. Nicht wundern, ich schreib langsam. So, guck mal, ihr braucht, kostet da 2.300 Euro. Oder Preisvorschlag, das ist ja nicht normal. Oder 3.300 Euro, oder Preisvorschlag. Bleibt doch mal auf dem Teppich, Jungs, ey. Wirklich, das ist ein scheiß Bürostuhl. Das kann ja nicht sein. Kann mich erzählen, dass ich den mal gebraucht gesehen habe. Irgendwann für 700 bis 900 Euro. Und das war mir schon zu teuer. Ist allerdings doch schon Jahre her, wa? Malis? Was ist denn mit dem Geld passiert? Das Geld ist ja absolut nichts mehr wert. Mann, ey. Trotzdem verdient man es so schwer. Wo soll ich dann so viel Geld herkriegen für den Bürostuhl? Ich sitze ja eher zur Zeit hier an dem Stuhl. In diesem schönen Steel Case habe ich ja hier. Der hat ja damals auch mal 1.000 Euro gekostet. 1.000 Euro gekostet. Ich habe glaube ich eine Zaubergeschenk-Tapierrolle gekauft, weil die... Niemals endet. Ey, ich habe schon so viele Geschenke, aber ich habe noch Platz. Und die sind hier noch ganz viele. Siehst du? Was? 4.600 Euro. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. So, jetzt seht man auf... Das geht ja nicht. Achso, gibt es ja auch nicht. Ihr geht mal auf, ihr braucht. So, ihr braucht. Haben wir? 49 Stück gibt es ja auch nicht. Dann nehmen wir auf Auktion. Alle? Kannst du eigentlich... Nicht einer als der Auktion. Alle? Nur so. Der ist für die abgesessen. Kostet 2.300 Euro. Ne, ne, ne. 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 Dunbar, Caritage, Speyer. Das lauerts. Was? Die Seite wurde nicht gefunden? Sind ja auch schon alle weg? Wie Abfall. Anwendungsfehler. Ist es eine... Es ist eine klientseitige Ausnahme aufgetreten. Hä? Ich habe eine klientseitige Ausnahme... Äh, Aufnahme aus... Ach, ist aber egal. Ist das richtig? Ja, das wird alles falsch geschrieben, aber das wird eine automatische Übersetzung aus dem Dänischen ist wahrscheinlich. Ne. Ne. Ja. Ein Einzelner wird angeboten für 17.000 Dänische Kronen. Äh, 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 Schätzung. Schätzung ist bei 17.000 Dänische Kronen. Warte mal gucken. Ich zeig euch. Sieht man nicht. Oh, das flackert ja. 17.000 Dänische Kronen. Das ist die Schätzung. Nächste Gebot wäre bei 15.000 Dänische Kronen. Und ich glaube, die Dänische Kronen sind durch... Oh, sind die durch 10. Oder durch 18. War die immer 18 sogar gewesen? Was war denn? Oh, jetzt muss ich nicht umrechnen. Äh, jetzt muss ich umrechnen. Äh, äh, denische Kronen-Euro-Umrechnung. Oh mein Gott, die steht gar nicht so schlecht. Im Feld des zum Euro, das ist ja kein Wunder. steht ja schon bei 2.000 euro steht das ding ja schon plus noch mal 20 prozent aufschlag ruft immer auf der steht schon bei 2000 das kann ich nicht das tut mir leid 2006 hergestellt das kann ich nicht machen teuer ist normal wie soll ich denn die leisten können leitet leute diese wort leisten aber die können doch abschreiben aber was anders nicht erklären jetzt muss ich nur mal so mal sehen dass sowas mal irgendwann vom laster fällt weil das ja immer vorkommt ja weil ich dann nie vorkommt und weil ich ja auch gut so ist soll ja auch nicht vom laster fallen dann ist er kaputt kaputten stuhl müsste ich schon hinterher fahren und in der uffang in voller fahrrad aber ist auch bequem ich habe die damals ausgeliefert ich habe damals für die firma erarbeitet wird die ausgeliefert habt die liga und ich muss sagen das ist wirklich super ein büros studie das ist der ea 219 von vitra und der hier ist leider jedes mal etwas gebrochen im stil ist er ist auch geil diesen kampf wir haben ja für könig und neuer hat damals hier arbeiteten einige stadt daten die auch stil kästen wir oben höhe muss bei kleiner zu gucken da muss das mal eben nicht auffallen was er hat und schon hat man den quatsch passiert natürlich nie so wir gucken einfach mal bei zu verschenken mit kleiner zeiten zu schenken ist sowieso interessant könnte auch mal gucken ziemlich viele schöne sachen allein in berlin ganzer ort plus 20 kilometer machen wir mal gibt zu verschenken 6745 artikel wohnwagen zelt vom knaus 3 euro paletten zum verheizen ist jetzt auch richtig klobos fahrrad naja fahrräder habe ich merke noch ein defekter fernseher ober- und unterschränke hier so weit ist hochbett mit ausziehfunktion hochschön selber zum abbauen brustgeschirr für den hund naja gut kinder waren in eichwalde nicht schrank und kommode motorikwürfel playmobil 123 reisebus waschmaschinen da ist immer schwierig spider-man actionfigur mensch mal ist jetzt ja die kurven wochen zu weihnachten spider-man action figure jetzt geschickt bekommen und auch die spenden für die berliner tiert auf den ev von hier alle alt genau so wie da steht manche sagen so hat aber noch was er den hund sachen natürlich gefällt mir nicht fahrrad mit platten zu verschenken also jetzt platten dazu also so zum anhören oder und das ist hinten platten motor bikane fahrrad aus frankreich müsste innerhalb von sekunden weg sein also erstmals den motor bikane natürlich wollen wir mal hinschreiben motor bikane fahrrad nicht schreibt weder drin ist das war mal verweigtet fahrrad abhole du bist ja drauf ja ich bin er doch gehen hier also um himmels wilde seit letzter vorkommt dass wir noch war haben schon 160 leute angeguckt werden da gibt es sowieso keine antwort drauf ich schreibe den mal an den kollegen hallo falls das rad noch zur verfügung steht würde ich es gerne retten kommen mit freundlichen grüßen so die nachricht sind natürlich hatte schreiben dieser nachricht schon dafür geführt dass vor mir schon 20 schrottländer sie angeschrieben haben und ja wird natürlich sowieso nicht kriegen und jetzt gleich auch auf wahrscheinlich über jemanden machen es mal auf die merkliste und dann gucken wir gleich und sofort wird das jetzt weg und raus sein aber das ist ein schönes rad eigentlich so wie nennt man die farbe braun ja ist schön braun metallic würde ich mal denken nur weit platt ist wird es jetzt hierin und zu verschenken man macht man nicht an also ihr seht ich komme nicht davon los ich gehe zu erzählen mit dem plattenreifen markt doch jetzt nicht ein fahrrad hier dabei ganz und dann ist das nächste gucken wir mal für unseren weihnachtskalender für die zuschauer vielleicht ist es ja auch keine schlechte idee oder malis immer so zu verschenken und welche sachen holen und dann einfach ganz machen und vielleicht weiter verschenken das ist eine gute idee sprachlos ist so gut ist die idee frau bist du noch da also darum dass wenn ich jetzt vielleicht ist die idee wenn ich jetzt so sachen zu verschenken hole und dann ist es jetzt schon weg und dann ganz mache und dann weiter verschenke und was nein jetzt so fahrt zum beispiel wie dieses fahrrad hat er nun plattenreifen steht ja da vielleicht manchmal reichen ganz und verschenken dann weiter so weihnachtstechnisch an jemand der es wirklich viel brauchen kann nur so wie sich universität wahrscheinlich ist es auch nur ein gangster der denn auf dem flohmarkt für 250 euro verkauft ja genau naja aber jetzt ist keine gute idee ich habe ein gutes herz ja noch schlägt noch macht seine arbeit gut die falsche seite schlägt 1 für die dunkle seite oh wollt ihr ein haar kaufen ein lebensgroßes haar in lila nicht kaufen verschenkt wir verschenken hier unser unseren brand buchstaben von einem event wir benötigen sie nicht und dann gibt es noch ein e kennt ihr den in der sesamstraße der immer ankam mit seinem langen mantel der kam seine kaufen ein e1 e und jetzt genau kennst du dir noch mal ist die hätte man ja nicht zu den von der sesamstraße immer die buchstaben verkaufen wollte ach so toll deswegen bist du auch so wie du bist ich bin ab bei der sesamstraße gelernt ein gutes herz zu haben der tag bei der sesamstraße gelernt zum weißen holzstuhl und hoffen bananen kisten socken so viel zu verschenken kann das zeigt mir wieder auf der welt existieren viel zu viele sachen viel zu viel man hat viel zu viele sich eigentlich hat beziehungsweise wenn man dann so eine wohnung übernimmt ja weil ein verwandter verstorben ist oder oder umzieht auszieht weg zieht was weiß ich dann bleibt so viel übrig gebrauchte fenster ja gebrauchte fenster da muss man schnell sein großes altes fenster zu verschenken zweimal zwei meter demnächst ausgebaut dann abzuholen brauchen wir so hat ja genau hat einfach keinen sinn mit meiner frau zu reden ja gut das könnte ja auch selber machen kann man selber mal durch die super view ich finde auch was richtig geil so hat sie mir jetzt endlich geschrieben die frau hat sie noch nicht geschrieben herr ding ist weg fahrrad ist die schichte viermal stahlfelder 13 zoll wir fährten so eine autos smart oder was polo hasen käfig und immer wieder also die beste im sommer zu verschenken was immer zu verschenken ist sind übrigens trampoline braucht euch nie im leben selber kaufen ins könnte auch mal zu verschenken haben da jetzt trampoline ohne hände jetzt schon zu ohne hände sehen und hier anscheinend auch steinkamine also diese grill außen grill gartengrill stein kamine zum zu selber zusammensetzen gibt es auch mal wieder die gehen ja nicht kaputt letztlich dreckig werden sie muss man halt abkächern sie sauer sind wie neu und auch immer gerne verschenkt sind stühle und ranzige sofa garnituren so durchgelutschte verschenkt verschlossene hafermilch abgelaufen schön wirklich schön das bogen hoch der ökologische teil der bevölkerung gibt es karton platten platten gibt es gott und blatten mit trampolinen mit handeln zu verschenken siehst du da ist es auch das interessant doch wenn man jetzt in laden einrichtet habe ich hier auch eine sehr geile anzeige für euch und zwar sind drei identische vitrinen zu verschenken eine meile also wenn man für so einen ladeneinrichtung und gerade hier so für diese vintage shops und video aber sich auch alle schimpfen drei solche betrieben für umsonst einfach mal stabil wie sau will im moment keiner so richtig kaufen so ein ding aber die einfach auch in einem stück sind die kann man nicht zerlegen die teile aber das ist ja die heutigen laden einzurichten oberirdisch fantastisch und die sind bestimmt noch dabei auch schwer zu transportieren man braucht zwei leute man braucht am besten noch ein tragegurt und scheiben raus türen kann man abschreiben sind ja nicht sind keine klavierbänder kann man sogar aus hebeln aus heben die tür sieht ganz gut aus ideal ist der laden ordentlichen sauber gerichtet und brust keine backsteine mehr von der baustelle klauen auf die du irgendwelche schalbretter legst die du von der baustelle klaust um den vintage shop aufzumachen in dem dann zerlöcherte alte t shirts aus der humaner tonne liegen für 60 euro stück und aber die leute total trendy und geil finden so jetzt ist der vernünftigen so etwas denn vernünftigen eine vernünftige ladeeinrichtung fast schon würden sie schon fast sagen oh ja die feinen ja die kommen jetzt die gentrifizierer dabei sind genau die anderen die eben noch von der baustelle vor der tür die latten mitnehmen ja so ist ja ein bisschen frust muss man auch los werden ab und zu holzbretter bretter brennholz harvard business review schön da war einer erfolgreich in morbid ach der sitzt jetzt so bücher zu verschenken natürlich immer wieder und das wunderbare ikea zu verschenken zweimal ikea korpssessel auch einzeln ich sage was ich sagen soll aber ich bin schon bei seite 23 und ist immer noch nicht hier was die frage ich mich doch dauernd meine frau ist furchtbar was habe ich denn daran gut gemacht ich blätter hier nur durch wie sie sich freut höhnisch die denken hoch ich bin auf der wurscht pelle jäschwurm tv-fernseher verkaufen sony-fernseher silber gute gute stand funktioniert mit 2 niete nicht solide sondern tv unite also tv einheit war doch um meine teile soll wahrscheinlich jemand der nicht so ganz so gut ist in unserer breite breiten naja wie auch mal top in schuss da haben wir es egal in kamin optik die 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 y stein holz vintage genau da war ich gerade geredet gibt es könnte jetzt abholen nämlich die luxusregaleinrichtung für doch man gerade mecker ich nur drüber jetzt ist es hier so sieht ein vintage regal aus gottchen vintage regal ich so sieht ein neukölln nehme ich mir von der straße weg jetzt sind sie noch reste von schalbrettern von den dicken oder von dem bohlen und da sind die steine aus um wahrscheinlich abriss haus oder so wo sie denn gerade ein paar steine ausgerupt haben herrlich genauso ist man nicht einfach nur stellen es ist nämlich von kamin so hat kamina frisst wir haben so ein bisschen berufsreste dran perfekt und dann wird so eine schöne kleine stroblümchen drauf und warum nicht nur jetzt jetzt abzuholen auch und schön sieht das aus man davon fragt nach bestimmt naja wohin sonst prenzelberg ja aber die weg geht auch weg ist auch in ordnung ich meine wenn ich nebenan wohnen nehme ich mir doch mit rüber und da kann ich noch mit schönen wollte sich eine kleine mauer bauen natürlich nicht aber meiner wegschmeißen muss man sich das schon richtig aber erholt ist jetzt was die alle hier sind zum vintage leben hier alle im als regale haben und so ein quatsch und die drüben waren noch und eine parallelstraße von uns der zeladen er hat etwa bauzäune der verhoff von der straße mitgenommen bauzäune sich alle ranz hier bauzäune halt diese gitter diese stahlgitter zäune und da hängt er damit seine kleider bügel dran und dort ist der rest vom laden ist raf blub wenn wir uns schon sagt also einfach nur rohbau ohne die wände gestrichen zu haben einfach nur kapitel abgerissen so groß ist und dort schaffst das schreibt sich der bürosessel er hat deutliche gebrauchtsspuren sieht aus wie nieder ne der sieht schlimm aus den eigentlich der hat schon dort noch mitbewohner der mitbewohner da kann man natürlich nicht mehr so heute hier wird eigentlich eine tonne da setzt sich doch keiner mehr drauf so arm ist keiner da seidetisch grünpflanzen hier sowas bin ich in Ordnung grünlinienabdecker zu verschenken weil eine bananen box hier damit die banane beim transport nicht quetscht schön geschrieben so das ist doch das richtige für diese teure kunstzwerke für diese 6 millionen da oder so banane an der wand damit sie nicht quetscht kann man sie hier dann die ersatz banane in einem wert transport behältnis transportieren und hier kriegt man das auch noch gratis mit dabei bei 6 millionen die ersatz banane immer mit dabei brauchen wir nur noch so eine rolle taser und jemand bald eine rolle gaffer und dann ist die macht so ein scheiß aufregen nicht über den künstler um gottes willen er hat alles richtig gemacht sondern über den typen der sowas kauft der der eigentlich kunst ins lächerliche zieht nicht der künstler sondern der kauft für soviel der zieht kunst ins lächerliche und der künstler hat es nur hier zeigt weil das ist ja wirklich die kunst so hat für soviel zu verkaufen unglaublich so wir machen wir hier schluss hier wird nicht mehr acht schreibtisch wir können auch mal gut direkt schreibtisch gut oder stuhl büro stuhl büro stuhl büro stuhl da kommen sie alle schwarzer büro stuhl büro stuhl bing so maximal primer aber eben der gold gegen ist das denn hier jetzt kann man nicht mehr anbieten vorher ist ja schon weiß ich vermis 괜찮아 haben hier Wecker damit schmeißt die dinger weg im wirklich wird man schon schieben meinen anzubieten hier der ist ja neu bezogen mit lena und allem mannen und gottes willen aber die sind ja so schlimm aus diese gamer stühle bieten sie auch gerne an die sehen ja so verbraucht aus bürostuhl weinrot abholung was ab es tun es possible abholung sofort hätte auch getan gott sind wir alle trennen die gott ja die gute dame meldet sich nicht anscheinend eine dame kürzel wie sagt man da kommt noch mal meldet sich nicht also wird sowohl nicht geben so immer auf kategorie fahrrad es ist aber immer noch drin fahrrad karton fahrrad gepäckträger kinder fahrräder ohne ende kona fahrrad karton 20 zoll bmx felder wenig gelaufen 26 reifen oder jetzt aber ein an fahrrad teilen er gesagt hat das nicht für eine bmx felder es sollt ja zu neu ja ich bin wählerisch was frau hat er eine tut mir leid so das nischt 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 mädchen fahrrad kalkhof 8 mal fahrrad und brauche ich nicht das wäre jetzt nur weil etwas besonderes das hier mit dem motor begann giant rennrad geklaut ist ja nichts neues aus neues fahrrad gestohlen noch hinsicht holen zu verschenken als fahrrad blau sieht aus wie ein altes mifa oder diamant cloud cube nature zeugen gesucht fahrrad tiefstahl diamant ja 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 so ist die welt die welt ist fucke crazy bwf fahrrad rahmen da ist es geschlachtet kommt es wieder zum vorschein ich bin für jeden hinweis dankbar aber es aufwendig fertig gemacht neues lenkewand und so weiter war ein richtig tolles rad ach mann wie kann ich das nachvollziehen was haben wir denn hier für eins vielleicht steht ja bei mir im keller ich habe ja ein paar arena unten reingestellt die bei mir vom laden standen unangeschlossen und dann passiert halt viel aber das kenne ich nicht doch lackiert schön verkrumpfte auswählen toll toll nee aber so fahrräder für bastler fahrradteiler selbst reparieren fahrradhilfe werkstatt das war's wir sind durch fahrrad ich habe jetzt auch kein bock mehr mich hier mit diesem scheiß zu beschäftigen und wir sehen uns einfach mal morgen wieder und guck mal was ein baum flechter ist ein versuch mag noch weg wir machen zu verschenken wir machen alle wir gehen auf neueste sachen guck mal ein kühlschrank von ag ist defekt und zu verschenken und aber staubsauger henry ist zu verschenken er funktioniert nicht vermutlich verstopft also was sie durchs wird euch dann macht den sauber was ist denn das bin scheiße was soll denn das ist denn los mit euch wenn er vermutlich verstopft ist dann guck mal wenn du macht den sauer vermutlich verstopft ein hüpf spielzeug schön hundeleine schreibt tisch volle schreibt sich von die kehrer waren früher das ist ein alter kostenlos meiner selbst abgebaut wird die dinge erhalten noch wie sauer und das ja hier oben so abgekratzt ist sie abgekrabbelten ist überhaupt kein hit schlägt man mal an das ist das schöne bei den alten sachen kannst du einfach machen einfach ein bisschen anschleifen und drüber gehen und gut sauber machen vollholz ist ja ob das vollholz von ikea kommt oder nicht das völlig egal vollholz ist halt geil einfach rettbar so großfahrer da sind wir wieder ja ist nichts neues dazu gekommen nichts zu finden falls sie sich noch meldet melde mich noch mal bis dann tschau